Ja, keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Erstmal ein bisschen kuschelig. Erstmal schrillig und schmalig. Ich fang mal was an jetzt hier. Ist das nicht schön. Einmal einen Kreis mal rumgedrehen, aber ein bisschen entspannen. Obwohl das Teil so eine extreme Power hat, kann auch ganz, ganz kuschelig sein. Na ja, wenn die Mädels vorne freundlich sind, so ist richtig. Kannst man auch keine Angst haben, Leute. Ich weiß ja, dass Gefüge sind, die du vorher noch nie gespürt hast. Dass man eine unnormale Power hat und sowas. Aber so schlimm ist es. Guck doch mal, wie kuschelig das ist. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Die Mädels vorne, die gucken, wenn sie still. Ja, also, aber irgendwie fehlt da was. Genau in so einem Kreis vorm Eier ist ja, keine Ahnung, ist ja schön und gut, aber... Irgendwie... Irgendwas bisschen cooler, als ein bisschen schneller wäre, oder? Ja, komm, Herr Warni, wir machen das Fahrrad. Komm, Herr Warni, wir machen das Fahrrad. Komm, Herr Warni, so, schon mal ein bisschen schneller. Ja, Herr Warni, das ist schon ein bisschen nervös, alle Lacken schon ein bisschen. Ich kann jetzt sagen, es war noch gar nix, noch ein bisschen mehr. Wir machen noch ein bisschen Schwung, Freunde. Erstmal noch ein bisschen anstehen, ne? Das Tier hat so ein normales Tier, was du da entdeckt hast. Erstmal anstubst du mit dem Stippchen, guckt, was macht's. Kommt euch nach oben, wir schützen euch erstmal ein bisschen so. Ja, die lachen alle, die freuen sich. Aber wenn das so ist, dann gibt's jetzt ein bisschen mehr. Achtung! Los! Oh mein Gott! Schaukel mal ein bisschen anders, Baby. Ja, los, Männer, wo seid ihr? Schnappt euch immer im Schnells und lasst euch rumreißen. In eine Richtung, in die es geht's. Ja, ein schönes bisschen nach vorne, wenn du so nach hinten sind. Warte, 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 eine richtige Windel finden. So, jetzt. Schön nach hinten, zurück und wieder nach vorne schieben. Ja, vielleicht wollte er ein bisschen rauf und runter fahren, ist auch kein Grunde. So, jetzt. Und ein Schwung einmal rauf und auf den Boden knallen. Und dann, glaube ich, es so schön war. Nochmal Dollar. Und nochmal Dollar. Geil, Alter. So. Und wie schaut das jetzt aus bis jetzt da oben? Alles noch gut? Nein. Die Mädels hier wollen noch mal mehr. Alles noch schön. Das ist so süß. Hallo. Und was mit dem Rest da oben? Rücken noch mal. Ja, die anderen da hinten klicken ganz schön langweilig, oder? Scheiß. Da hört man kein Wort von euch. Und die Mädels sollten wir auch mal fahren. Denn das war eigentlich erst mal ein bisschen im Kalb zu gehen. Ja, die anderen hier noch nicht im Schienen stehen. Die können noch ein bisschen warten, ist kein Problem. Das war schön mit der linken Seite. So. Ah, ist das schön. Und nochmal ein bisschen Schaukeln mitlegen. Das ist so schön. Runholen von der einen zur anderen Seite. Genau wie in der Schiffschaukel. Ganz klasse. Schön, nein. Ach, macht ja Spaß hier auf der linken Seite. Ach, ist das schön. Und ich wünsche hinten auf die linken Seite. Ach, ist das schön. Ja, gerade an der rechten Seite. Ja, sorry. Oh, scheiße. Bei euch gibt es mal ein bisschen Wartemusik erstmal. Oh, da muss ich immer schon ein Engel draufieren. Danke schön, Leute. Immer her oder nichts? Genau so. Ja, sie sind im Blau. Ja, was soll ich jetzt rüber gestern? Oder nicht mehr oder was? Ja, ein bisschen lauter. Ja, da geht auch ein klein. Ja, ok, ok, ok. Die Jungs bauen noch ein bisschen gerne. Eines sind dann noch heiß. Anja, ein Schiff, wir probieren es nochmal aus jetzt hier. Achtung, das Ganze mit mir nach Tal! Der Schaukelspar ist jetzt noch ein bisschen aufgeräht. Ab zum Glück, Leute! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR